So, schönen guten Abend. Hallo Leute. Das ist Tilman Rösler hier drüben. Wunderschön, dass wir uns nicht sehen können. Genau. Wir können euch sicherlich nicht sehen. Ihr könnt uns wahrscheinlich ein bisschen später mal kurz sehen. So wie das auch beim letzten Mal waren. Ja, also herzlich willkommen an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind und willkommen zurück an die Leute, die halt auch schon beim letzten Mal dabei waren bei Hyperparadoxie, unserem derzeitigen Online-Projekt. Genau. Wir würden das auch gerne mal wieder richtig live vorführen, aber momentan ist es halt so, wie es ist. Und wir machen das Beste draus. All English speakers, welcome. We are getting ready and we'll start the show in one, two minutes after this small introduction. And yeah, now I'm continuing in German. And be welcome. Ja, wie beim letzten Mal gibt es auch heute wieder die Gelegenheit für dieses Projekt, was wir hier in stundenlanger Arbeit im Studio entwickeln und immer weiter spinnen, zu spenden. Also ein virtuelles Online-Ticket zu kaufen. Das geht über PayPal, was auch einige dankenswerterweise genutzt haben im letzten Mal. Vielen Dank dafür. Wenn man über PayPal überweist, kann man glaube ich anklicken, dass es als Freund die Überweisung passiert. Dann wird auch keine Gebühr abgezogen. Das empfehlen wir euch und uns. Und auch ganz normale Überweisungen sind total gern gesehen. Wir bedanken uns jetzt schon mal für alle, die die Arbeit, die wir hier tun, zu schätzen wissen und einfach dabei sind bei dieser Reise, die auch immer für uns neu ist. Und damit, genau, nachher sehen wir uns dann im Chat. Da können wir uns noch ein bisschen unterhalten über was so los ist, was so los war. Aber jetzt geht die Reise erstmal los. Hilmar, noch letzte Worte von dir? Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß und schaut und hört genau hin. Okay. In diesem Sinne geht jetzt mal die Show los. Viel Spaß. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Who are you? What are you? Where did you come from? Who are you? Who are you? What are you? Where did you come from? Who are you? Who are you? Who? Who are you? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.